Hallo Leute willkommen zurück zu NHL 18 zum drittletzten Test der Vorbereitungsphase EC-Partner-Ohren gegen die Moskitos Essen. Das ist jetzt bei uns das Heim das Spiel. Wir spielen in Rot. Welchen Trikots wollen wir spielen lassen? Das ist das Playoff-Trikot? Ne, dann spielen die Gast-Trikots. Ja, ich muss was ändern. Das war ein richtig geiles Spiel letztens. Richtig geil gegen Dysburg. Verspannung pur. Da war alles drin in dem Spiel. Felix Pick. Okay, dann starten wir jetzt mal das Spiel, oder? Oh, die Kanada-Mannschaft. Jetzt trinke ich noch mal was. Ich trinke jetzt direkt, nachdem ich den anderen Part-Bands habe, nehme ich direkt wieder auf. Ich habe jetzt nur eine Pause von einer Minute gehabt, oder so. So, und jetzt gibt es auch die Toren. Wie gesagt, waren EC-Partner bei dem Spiel. Wenn wir ein Tor schießen, kommen die Toren, ne? Und Felix Pick, die Nummer 1 ist im Tor. Es geht los. Leon Niederberger lasse ich jetzt mal in der ersten Reihe. Kann ein gutes Zeichen bedeuten. Leon Niederberger. Fender. Und Felix Pick. Oh, Duban Frosch. Duban Frosch. Niederberger. Niederberger. So, wir spielen jetzt halt gegen Essen. Das ist jetzt schon... Uh. Sehr schön. Sehr schön von Niederberger. 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 Oh, Niederberger, ey. Niederberger, ey. Wann schießt er dein erstes Tor, ey? Niederberger war kurz davor. Trivilado. Dick. Wilm Livingston, was war das denn? good job. Der erste Lauf hat noch fällt für eine gute Entscheidung von Felix Dick. 1 mal raus mit dem Pokerwall, Bulli vorne angezeigt, Icing angezeigt, meine ich. Malvinger Malvinger Levinger 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 Sehr schön Nowame hat ihn noch Stephen Hooper Meisinger nein modular kriegt jemand schade Levinger Das war klar, dass es in den Abseits gibt. Und übrigens nicht zu weit in den Abseits glauben. Passiert mal den besten FG-Spieler. Und da ist das 1 zu 0 für Essen. Eigentlich war es so ein Glückstor für die. Und da ist es. Das 1 zu 0, 1 zu 1. Mario Berg. Schießt das 1 zu 1. Sehr schön gemacht von Mario Berg. Das 1 zu 1. Das 1 zu 1. Schießt das 1 zu 1. Sehr schön gemacht von Mario Berg. Bedda! Schießt das 1 zu 1. Wir sind so ein Kuss. sehr schön lange der geht lange durch oh Radmann und erneut er sie braucht zwei minuten ergeben die über jeden spiel mindestens führer 2 minuten bekommen und Niederberger Niederberger Krimilator Oh, Niederberger! Großes Horst! Unstaut hatten! Lautenschlager! Und Sylvester! Konter! Cody! Cody! Und Cody Sylvester macht ihn! Das nächste Tor von EZ wird Mauerheim! Sehr schön! Und Fender! Der ehemalige Nauerwer muss ich jetzt hier noch boxen oder was? Es ist eh ne Schande, dass du weggegangen bist! Marvell Fender! Jetzt würd' ich mal noch ein bleiben können, ey! Was ist denn mit dir Fender? Komm her! 1 gegen 1, Junge! Wir können einfach der Flieger mit nur! Pläten! Lange! Ach man, lange! sehr schöner schlenker ach man und felix pick ist da so einen harten bücher Prozent wer fällt auch gleich mit 2 zu 2 mit mir am anspiel werfen zu gewonnen und was macht fläten da Mach doch weiter, denn du wirst suspendiert. Oh, oh, Christan, 3-2. Schön aufgenutzt, den Fehler vom Essen. Super aufgenutzt habt ihr das. Gucken wir nochmal hin. Schöner Fail-Pop und dann schön drüber gespielt. Und der Torhüter kann so schnell reagieren, so schnell hat das Ding da hinten eingeschlagen. Oh, hammergeiles Spiel, Alter. Jetzt wird der Strafe angezeigt, aber die Zahl gibt es nicht mehr auf. Die erste Strafe in dem Spiel, würde ich sagen. Cody ging, Cody war jetzt noch auf dem Eis. Erstmal den Puck hinten raus, das ist eine bessere Möglichkeit. Ketter. Trivillado. Das nächste Festspiel steht dann auf dem Puck-Kram gegen Tillenburg. Zweimal gegen Tillenburg und dann geht es in die Saison schon rein. Das ist halt die Vorbewerbung. Silvester. Silvester. Radman keine Chance gehabt in dem Moment. Und da ist Felix Big da. Lange. Harry Lange. Danke für die geilen sechs Jahre für den EZ-Wadnauheim, dass du da gespielt hast. Bin ein bisschen traurig, dass du aufhörst. Und Strafe angezeigt für Radnauheim. Und die machen nichts draus. Hol zwei und Hol da rauf, aber Big ist da. Big Save. Wir stehen hier Big Save. Höhöhöhöh. Schmeib in. Sehr schön. Oh. Laschheit. Erich. Erich. Marius Erich. Nicht Erich, sorry. Erich. Levingsson. Oh, Levingsson. Zweikon. So. Boah! Oh, Stefan Wecker ist schick da. Fünf gegen drei jetzt, ach, wie gewinnt er das hier, mit links, wir haben ja auch ein Erg, ich ist gerade ein, so Leute, wenn ihr in der Wild warst, ich bin Snap. Larsheit beim Anspiel, ah, Larsheit, gewinnt es auch noch, ey. Und die nächste Strafe angezeigt, aber das wäre jetzt auch unfair gewesen für den Anspiel, den wir dann noch zwei Minuten wegen Pupcheck gibt eigentlich, der ist jetzt so ein Arschloch gewesen, ey. Oh Mann, kann es sein, Leute, was ist denn los? Silvester, wo bist du? Was für Wester spielen, ey. Ey. Larsheit, du Affi. Pauli, geh nach hinten. Dann fühlst du, wo die Verteidigung wäre. Manchmal. Ja, ach so, Steffenhofer ist jetzt da, ja. Jetzt auf einmal ist er da. Steffenhofer. Boah. Granata, Alter. Steffenhofer. Steffenhofer. So langsam riecht er mit auf, ey. So wie geil wie der in der Alpflüche spielen kann, hier. So scheitert er nach hinten in Bewegung. Hier linksen. Hier linksen. Was ist dieser Mannes spielen, ey. Da ist es. Es ist 4 zu 4. Evan kriegt die Bude voll. Gerade in Kressan. Mann. Ah, das war ja auch eher ringgestorert. Als ringgeballert. Das war ja ein gestorrerer von meiner Beinswelt, ey. Mann, oh Mann. Ach, nee, nee, nee. Sehr schön. Mit Nemi. Oh, Niederberger. Ah, ich dachte, wenn das war. Und der 2 Minuten oder der 2, das steht 4 gegen 4. Lied, oh Mann. Ah, ich verstehe. Das ist das. Ich verstehe. Das ist das. Das ist das. Ich verstehe. Der 2. Das war gut. Und das war der 2. Das ist das. Das ist das. Das fällt nicht ein. Das ist die Proverbs 5. Das hat er in 2. zwei Minuten raus der Devils der Baustarte Tränen die 2 3 3 zur Torwart-Binderung aber auch egal Schiri Mann Torwart-Binderung hallo just to get to the end wer zum Beispiel keine Torwart-Binderung ihr könnt das bitte in die Kommentare schreiben ich bin der Meinung für Torwart-Binderung Ketter und jetzt Achtung Ketter oh Ketter Mann wir sollten Harry anspielen die die nur du regst mich auf Alter lange Junge wo ist der nächste Stürmer da der mit vorbekommen ja schön schicken in die Bande kriegt ein Puck mehr du hast das war das war die 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 bei erg gegen erg laut internet spielte erg auch in Essen aber sie meint er verdrahen Bad 나auheim 솔직 herum Spieler bei beiden Mannschaften. Und da ist es. Es ist 5 zu 5. Schön auf McNemi gespielt. Mike McNemi macht das nächste Tor. Schön von Livingston gespielt. Das war richtig schön von Livingston. Gucken wir nochmal schön vom Tor und dann schön im Rücken von der Verteidigung. Sehr schön gemacht von Livingston und schön vollendet von Mike McNemi. Toadie. Schön gemacht jetzt. Ach wo spiegst du denn hin du Ops. Och Niederberger ey. Und wie war die 2 Minuten ab für so eine Aktion ey. Radmann. Hier geht schon wieder keiner mit ey. Warum geht da nie einer mit? Warum? Oh Ketter. Ey. 4 gegen 4 ist nicht so. Oho. Maldinger. Schön abgefälscht. Sehr schön abgefälscht vom Maldinger der Schuss. 2 gegen 5. 2 gegen 5. 2 gegen 5. Schritt 6 Maldinger. A 2 gegen 6. 1 gegen 6 und ein Powerplay pro! Leute. Slayton und Wackersberg und Andy Pauli schießt es rein. Schöner Schuss von Andy Pauli und dann verdient er drauf auf den Bauch zu rutschen. Ah Strava angezeigt für den EC, aber das macht uns ja nichts aus ey, wir schießen weiter und Triforien ist. Ah Jan Felix Wicke, oder manche keine Verordnungen. Boah Livingston! Und dann der Paz Christa! Große Torschau! So, und da ist er, Livingston! Frei, durch, Livingston! Oh! Oh, Pfosten! Ketter! Und da hat er den Sicher, aber er lässt direkt weiter spielen. Ey! Schön gemacht von Ketter, Trivilado! Ey! Was denn?! Was denn?! Was denn?! War ein Puckcheck! Das war nicht mal Beinstellen! Guck mal, richtig! Was denn?! Wer war das Beinstellen von dem?! Oh! Oh, Radman ey, was machst du denn?! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Und so weiter, los! Subtioniere ich dich wirklich für die zwei Spiele! Und darf Mielent vorne im Sturm spielen, ja! Aber nicht mehr du! Nach den Aktion ey! Junge! Junge! gut gemacht hätte gerade mann du stehst bei mir mit dem Fragezeichen da ne gegen oh ja ok ok auch nicht mehr gerade mann nur Stürmer kein Verteidiger denkt da dran mal gerade mann 3 kann 4 mehr oder von dem Vorfall auf der Kluftmücher in den Welt 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 Da hätte drinnen fallen können. Aber ein schöner Filmpart von euch. Habt ihr schön gemacht. Schleyton. Ey! Better oder in Moos? Woohoo! Woohoo! Und da ist es 7 zu 5. Oh, Alter. Ich feiere das gerade richtig hardcore, Alter. Brandl. Und da ist er! Lange! Und der siebste! Der ist das nächste Tor. 8 zu 5. Harry Lange! Harry Lange, du Geil. Sorry Gott. In Unterzahl! Harry Lange! Schön Gewalt von Maximilian Brandl. Und da steht Harry Lange! Freifahrter! Kasten! Und schießt legal auf die Trinkflasche runter. Livingston. Oh, aber sind wir stacken unterzahl, ey! Livingston! Kristan! Oh, ich hab das Ding schon dringesehn! Scheiße, Alter, hab ich das Ding schon dringesehn! Wo ist das, Leute? Wir machen Essen fertig! Es gibt die Revanche wegen sich Kletze mal! Und schön! Den Puck mal über die Bandgaun, ey! Silvester ist wieder aufm Eis! Frosch! Und Niederberger! Niederberger! Oh! Der Schuss war abgefälscht! Der Schuss war abgefälscht! Der konnte da nix halten! Der konnte Big nix machen! Der war abgefälscht! Aber Silvester ist wieder aufm Eis! Silvester! Nieder... Nieder... Niederberger! Niederberger! Big! Äh, Stiebenhofer! Trivilato! Der zweite Drittel ist gleich rum! Stiebenhofer! Frosch! Leon Niederberger! Ich tue dich bald raus! Oh! Niederberger! Sehr schön! Niederberger! 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 Es ist halt... Ich merke, dass er halt die Förder-Defensspieler ist! Oh! Froschi! Das war gut gedacht! Du dann! Das war gut gedacht! Du dann! Ah, Leon Niederberger! Ich dachte... Slayton! 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 Oh! Oh! Livingston! Oh! Oh! Jetzt wird's spannend, ey! Sehr schön! Big! Krister! Livingston! 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 Wir müssen dich einfach mal unter... Oh! Big! Krister! Krister! Oh! 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 Ernährungsbestand! Sp外gelung TV boh! Krister Swisi Krister, du nieder! Krister, Krister... Still! die am Brandl der frei durch Brandl und Eifels die drei Tore Führung Maximilian Brandl und Mario Berg war der Vorbereiter ja Leute so schnell geht es hier dann kann er noch mal 9 Tore schießen Mario Berg Mario Berg Leute aber ich werde schon angegriffen werden bitteschön unterschiedlich gerne das 10 zu 6 Mario Berg guck mal drin guck mal rein und zack ist er drin guck und oder ich bin ich bin und ich bin ich bin ich bin das ist keine Ahnung über den Städter auf jeden Fall einmal der Beobachtung Silvester Schuss Ah, abgefälscht Oh ja, die treffen doch nochmal 10 zu 7, aber da wird noch mehr viel passieren, Leute. Wow, gut aufgepasst, würde ich sagen, in dem Moment. 3 Minuten sind in der 3. Ist das die schlimmste Lied in Hockey? 3 Gäste? Gut, clean win. Great glove save, und er hält es. Warum hat er die 3? Da war ich gar nicht. Aber okay. da war an die drei aber okay ist jetzt halt so könnte verändern bitte verzeiht mit dem fehler leute dass der tor wieder von essen die nummer 3 hat aber wir interessiert mit essen über neuen fällen gegen siebster essen wo er woher mal mit nun mit nun im und mehr da bin ich nicht verletzt Sieht nicht gut aus für Mike McNemi, bis er auch noch mal zurückkommen wird. McNemi hat sich da wohl verletzt bei den Aktionen. Und Felix Bick! Und da ist es nächste Tor! 11 zu 7! Er wird erstmal schön abgeschoppen hier. Du, dein Frosch, die zwei Minuten, glaube ich. Ja, der gibt seit zwei Minuten, aber wenn ich früher von mir verletzt, gibt es gar nichts, oder? Das allerletzt hier. Ah, denn sie kann doch jetzt echt keiner mehr nehmen. Und da ist er! Felix Bick hat ihn sicher! Ich glaube, morgen wird aber nichts kommen. Morgen gefilm ich Karfreidag, wo mein Rot, glaube ich, kein Platz kommen. Deswegen kommt heute so viel wie möglich heute schon. Oh, sehr schön gespielt! Ich habe mal Streifwagen gezeigt, aber es bockt mich jetzt gerade herzlich wenig. Ich muss mal gucken, ob da schon was drinsteillt. Und ja, warum steht da jetzt nichts? Entschuldigung, alle ändern, jawohl. Da steht jetzt nichts dabei. Wo kann man das denn rausfinden? Wenn das einer weiß, bitte mal Bescheid sagen in den Kommentaren. Ok, ne. Keine Ahnung. Statistik? Bitte mal Bescheid sagen. Wenn ihr wisst, wo mir das rausfinden kann, einfach mal bitte in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Oh, es wäre schön geploppt. Ich bock dich jetzt gerade. Herzlichen Dank, ob die ein Tor schießen oder nicht. Mike McNemi ist wieder auf dem Hals, Gott sei Dank. Auch wenn er angeschlagen ist, er spielt trotzdem. Das finde ich gut. Vielleicht kommt er deswegen auch im nächsten Spiel mal eine Pause, Mike McNemi. Oh, jetzt bin ich gleich ein Teuer drauf, habe ich das Gefühl. Ja wohl, es gibt ein Empty Net, Leute. Leute, ich hoffe, es gibt ein Empty Net. Ich lasse jetzt extra das Bulli gewinnen. Weil wir dich ein Empty Net Tor schießen können. Kommt nach vorne, jawohl. Auf. Erg. Ich will den Empty Net schießen. Niederberger. Kommt. Ach, Niederberger. Ich hätte es jetzt nochmal gehört. Oh, geil. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Tschau. Bis dann. Bis dann.